Hallo ihr Lieben, hier ist Frank. Der August gibt sich noch ein bisschen sparsam, was die Online-Kongresse angeht. Vier an der Zahl bisher. Vielleicht kommt noch was dazu. Manchmal bekommen wir die Infos erst sehr, sehr kurzfristig, bevor der Kongress startet. Ich wollte euch einen ganz kurzen Überblick geben, was es denn im August Neues gibt oder auch bewährtes gibt, nämlich zum Beispiel den Paleo-Online-Kongress. Es geht um die sogenannte Steinzeiternährung, Paleo, welche gesundheitlichen Vorteile euch das bringt und wie immer gibt es nicht nur eine wissenschaftliche Seite, sondern auch ganz handfeste Tipps und Tricks für euch, wie ihr eure Ernährung umstellen könnt. Im zweiten Kongress in diesem Monat geht es um das Thema Lernen. Paul Kutilin ist hier der Veranstalter, der als Schulversager, Lernversager, wie auch immer galt und erst sehr spät seine Lernmethode entdeckt hat und darüber gerne berichten und sich austauschen möchte mit zahlreichen Experten. Wie kann ich besser lernen? Der dritte Kongress ist ein Dauerkongress für den ganzen Monat. Das heißt, jeden Monat gibt es immer einen Termin und zwar ist es der Mieter Summit. Ganz interessantes Thema. Es geht darum, wie du als Mieter nicht in bestimmte Fallen tappst, wie du vielleicht knifflige Situationen, die in einem solchen Mietverhältnis entstehen können, umschiffen kannst. Auf jeden Fall interessant für alle Leute, die mieten oder vielleicht auch selber Vermieter sind. Schaut euch das an. Und last but not least geht es wieder um ein bewährtes Thema, nämlich um deine Haut, das größte Organ, was du hast. Der Haut Kongress sagt dir nämlich, wo die Ursache vielleicht für deine Hautprobleme liegt und wie du sie loswerden kannst, ohne wahnsinnig viel Geld für Cremes, dermatologische Behandlung oder was auch immer auszugeben. Also viel Freude mit dieser kleinen Auswahl. Gleich kommt noch unser Trailer dazu und darunter findest du wie immer alle Links zu den Kongressen, so dass du dich anmelden kannst und dabei sein kannst. Hab noch einen schönen Sommer und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.